Cargo Jo also wir spielen neuen GeForce Ich nehm auf die GeForce Hey, hast du den Fallschirm? Du bist im Video Das sind die Fallschirm Hey wohin? Wir müssen irgendeine Kiste finden Benutze den Grabby und den GeForce zu finden Wir müssen da eine Kiste finden Okay Ja Ich kann hier Du erne ist bei Mio Hä? Wo denn? Die muss irgendwo hier sein Ich muss die Drecki fallen Die ist bei mir ne? Wo ist die? Wie soll die sein? Hä? 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 Wo ist die Kiste? Rakedua hat es, hä? 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 Ja, es gibt mehrere aber ich finde meine Kiste Was? Hä? 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 Meine Tracking-Files weg? Die den Sender? Ach, es ist... Es gab mehrere Signale oder was? Ah, jetzt habe ich es verstanden Da sind falsche Signale auf der Karte gewählt Da sind ein Team von uns, geh mal los Komm, links Du musst mich beschützen Ja, bis zu so lang kommen, ja Ja, das kann ich ja Doch, das sind wir hier, nur links Nein Nein Oh, komm, komm, hoch Nein Tag, war es Einer, wie können die uns alle hören? Ich kann nicht schießen Einer Ich lade nach, bei der ersten There, komm Daran, aus, du bist, sie Wir wissen ja wo der Punkt ungefähr ist Ja Ja Dann die andere Ab Helmut, weg mich Tap-back-Sector Der dreht sich dauernd Voll ungefähr Wie langsam ist man denn? Ja, weil es nervvoll Dass man immer so einen Scheiß-Kreis-Sport runter muss Wo ist denn das Signal? Alter, wo muss ich das hin? Ja Ich bin ganz gut Der läuft sich bis langsamer über den Zaun springt wirklich schnell Oh 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 Hey, der Tech-Hack doch, ey Ey, da hat er einfach wieder ziehen und sein Er ist doch so Hä? Aber der muss eine nachladen Oh nein, jetzt hat es ja erahnt Oh, ich hoffe, der muss ja an demselben Punkt wie wir Ansonsten wäre das ziemlich der beschissenste Gegner Warum öffnen sie so zeitig mal schon Warum öffnen sie so zeitig mal schon? Ja, ist doch gut so, ja Ja, also super Ja, also super Kannst du mal sagen, warum Das hat jetzt denn Alter, wenn der jetzt Also der Terran ist Also der Terran ist an ihm Wow Geymo, du bist doch nicht dein Fischiger erst Der Der Tech-Hack holt gleich die Dings, wenn du hier die Sniperenz Das eh Geymo, öffnet doch den Fallschirm und bespät Habe ich ja gemacht Jetzt rennen Weil wer hatte die Kug Na toll, jetzt kommt der nächste Ach, Ceran ist durch Na, wo bist denn du? Ja, da kommt uns hinten irgendwo Du musst schon mal in die Richtung nennen Bist gerade der Rakete auf dich Keine Ahnung Da ist Das ich mach Versuch's Okay, Tech-Bug Da bist du, ich mach mich nicht aus Also man hat noch die Waffen Ja, aber es kommt Ja, aber es kommt Komm, ne Hamsterlen Oh Cool Gewinner Aber hatten die jetzt das selbe Ziel, das würde nicht mal was ja Ich weiss nicht Weil dann wär das ein Scheißimord Wenn die jetzt das selbe Ziel hatten Weil dann kannst du nämlich kurz rum 16 sterben Und dann könnt ihr das einsammeln Und dann könnt die das einsammeln Und dann Bist der Scheiße Ja Wie viele Runden sind das? Nee Hab ich eingestellt Okay Wir wollen ja mal andere Maps spielen Ja Du kannst aber immer nur meine Nachtschwein nicht. Ich glaube, du kannst sogar Wärmebildkamera benutzen. Ah doch! E um zwischen Nachtig und... Ah, guck mal, drück mal E. Also das ist nice, die Wärmebildkamera. Da sieht man nämlich die Leute. Jo. Nice. Ich muss dreckig sein. Ich sehe gar nichts. Ich sehe bei mir ist wahrscheinlich nichts. Wenn doch nicht zum selben Ding. Gar hier ist er! Ja, was jetzt? Öff! Hä, nein! Hä, mir was? Ne. So. Hä? Demo, jeder muss. Geh mal hier oben! Alter! Was will ich jetzt im Pausenmenü? Das Menü ist mal scheiße. Alter, das kann ich vergessen werden. Hä, was macht denn bei mir? Ich bin grad gar nichts. Ich bin grad gar nichts. Der Scheiß mit der Gäste. Der Warnolder oder eine Tech-Prakt. Der muss der... Ach, da oben ist die Dings! Was? Kannst du in den Norden? Hä, wo ist der denn? Hä, wo ist der denn? Hä, Mordert, Löwensinnung. Hä, ich rege grad hinterher. Hä, ich rege grad hinterher. Der Warnsnipe oben auf dem Dach. Hä, wie kann's der Warn mich holen? Hä? Wie kann's der Warn mich holen? Hä? Wie? Wissen Sie mich verorschen? Hä, die hacken doch alle! Der hat übrigens wenig Leben, oh! Ich finde das... Lass da ran, ey, der Krass Komm, lass uns Komm, Leute beschützen Guck da in den Himmel Ja, ich werde getroffen, ich werde getroffen, lass da ran Ja Ja Ja, von oben Von oben, Leute, hinter mir Da ran, wird auch gleich wieder an den Schlepp kommen Ich muss schnell hochgucken Hinter mir, da ran Hinter mir Mitleid tot Wer mit Kameraden Tipp für andere, dann schlüssig Nice Und er hat sich gerät Und 35 Euro Oh, man kriegt aber ganz viel Geld, also Noch Also Geld kriegt man gut, also es aussieht, noch mal quitschen Mit dem Ich muss Ja Hast du schon den Gottmund Klitsch und den Tamba ausprobiert? Nee Guck mal, wer hat sie da aus Alle 6000 RP? Ich hab mehr RP als Äh Ja, aber am meisten Warum hat Rakete so wenig RP, alter? Ja 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 Vielen Dank.